Heute erwarten euch 10 gruselige und unheimliche Fakten. Hallo zusammen. Wie manche von euch vielleicht schon wissen, kommt dieses Faktenformat eigentlich von meiner Instagram, Facebook und Twitter Seite. Aber wie immer will ich den YouTube Leuten de Fakten nicht vorenthalten und wünsche euch hiermit eine gute Unterhaltung. Nummer 1. Betroffene der Krankheit Hypersomnie können 12 bis 15 Stunden schlafen und wachen danach trotzdem müde auf. Na, wie viel von euch haben das wohl? Wobei ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben 15 Stunden am Stück geschlafen, aber 12 Stunden waren sicher schon mal dabei. Was ist euer Rekord? Nummer 2. Die 16-jährige Brenda Ann Spencer ermordete zwei Menschen im Jahr 1978 und als sie dann vor Gericht gefragt wurde, warum sie das getan hat, sagte sie einfach nur, ich hasse Montage. Nummer 3. Die Kultwebsite rotten.com wurde November 2017 endgültig gesperrt. Die Website zeigte seit 1996 reale Todesfälle ohne jegliche Zensur. Ähnliche Webseiten gibt es trotzdem noch im ganz normalen Internet, im Dark Web natürlich noch einige mehr. Nummer 4. Die Umbrella Corporation gibt es wirklich in Vietnam. Es handelt sich dabei um eine Arztpraxis, die sich auf Gesichtsrekonstruktionen spezialisiert hatte. Das Logo ist 1 zu 1 ident mit dem Resident Evil Umbrella Corporation Logo. Einige Quellen sagen, dass es die Firma nicht mehr gibt, andere Quellen sagen, sie mussten das Logo ändern und wieder andere Quellen sagen, sie mussten das Logo und den Namen ändern. Was nur noch stimmt, die Firma gab es so zumindest einmal und ich will nicht wissen, woran die in geheimen Laboren geforscht haben. Nummer 5. Ein Australier namens Bill Morgan war ganze 14 Minuten verstorben. Wie durch ein Wunder begann sein Herz aber wieder zu schlagen und er erwachte wieder zum Leben. Die Ärzte hatten keine Erklärung dafür, weshalb sie zuvor schon für tot erklärten. Um sein Überleben zu feiern, kaufte er ein Rubbellos und gewann ein 27.000 Dollar wertvolles Auto. Die Reporter baten ihn für ein Foto noch einmal ein Rubbellos zu kaufen, um diesem Glücksmoment nachzustellen und mit diesem Los gewann er den 250.000 Dollar Jackpot. Nummer 6. Viele Menschen behaupten, es gibt einen Sinn für Übernatürliches in unserer Nähe. Wenn du etwa plötzlich Grund- oder Gänsehaut bekommst, soll sich ein Geist in deiner Nähe befinden. Wenn du das Gefühl hast, du wirst angestarrt, ohne aber einen Menschen zu sehen, bedeutet das, dass ein Geist dich angestarrt. Bislang gibt es für solche plötzlichen Gefühle keine wissenschaftliche Erklärung. Besonders das Gefühl, dass man angestarrt wird, habe ich persönlich öfters. Wie ist das bei euch so? Nummer 7. Das beste Beispiel für Instant Karma. Ein Mann warf eine Maus in einen brennenden Blätterhaufen. Die Maus rannte danach brennend in sein Haus und fackelte es komplett ab. Nummer 8. Ein Roboter hatte durch die Freundlichkeit der Menschen die Chance, alleine die Welt zu bereisen. Er war so programmiert, am Straßenrand zu warten, bis ihn jemand bei Anhalte mitnahm. Der Roboter konnte so Europa und Kanada erkunden. Er wurde später mit einem abgerissenen Kopf und Händen am Straßenrand gefunden, kurz nachdem er das erste Mal Amerika bereiste. Nummer 9. Nach dem ersten Drehtag von Conjuring wurden mehrere unerklärliche Kratzspuren auf der Haut der Schauspielerin Vera Farmiga gefunden. Respekt, dass sie trotzdem weitergespielt hat. Und die Nummer 10. Das giftigste Töte der Welt ist eine Quale namens Seewespe. Ihr Gift könnte theoretisch bis zu 250 Menschen töten. Welcher gruselige Fakt hat euch am meisten beeindruckt? Schreibt gerne in die Kommentare. Bin schon sehr gespannt darauf. Wollt ihr noch einen weiteren Fakten teilen und hat euch das Video gefallen? Dann lasst sehr gerne einen Daumen hoch da und teilt das Video unbedingt mit euren Freunden. Das hilft mir beides sehr. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um auch wirklich keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und hier links und rechts kommt ihr auch noch zu zwei weiteren gruseligen Faktenvideos. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.